Alle Spiele der BKB-BL live. Nur hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und das Rest hier. Telekom Basketball. Jetzt mit NBA und Berlin. So bitter endete es zum Beispiel in dieser Aktion der Dreier eiskalt von Luca Steiger. Frühe, deutliche Führung für den haushohen Favoriten. Und Bamberg legte nach. Wieder Luca Steiger, wieder für drei. Sieben zu sechsundzwanzig die Führung für die Brose Baskets. Und die hängen sich weiter rein. Ließen keine Millimeter nach. Und Steiger erwischt ein richtig heißes Händchen an diesem Abend.